Moin und herzlich willkommen zur 957. Rohstoff-Tagesausgabe der Formation Strader am Mittwoch, dem 25. März 2015 und Freunde, Sportnachricht des Tages, die Paderborner Baskets steigen in die dritte Liga ab. Und das Absurde daran ist, Ursache des Abstiegs ist Windows. Als ich vor wenigen Minuten auf der FAZ-Seite gelesen habe, denn das Spiel wurde mit 20 Minuten Verspätung angepfiffen. Grund war ein Zwangsupdate, was wohl nicht unterbrochen werden konnte. Und deswegen wurde das Spiel mit 20-minütiger Verspätung angepfiffen. Die Regel besagt aber, dass ein Spiel maximal 15 Minuten später anfangen kann, aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Und der Gegner, der das Spiel verloren hat, der auch wiederum im Abstiegskampf steckt, hat sich diese Regel zunutze gemacht, hat Einspruch eingelegt, zwei Punkte wurden abgezogen, plus ein Punkt Disziplinarstrafe und damit ist die Mannschaft zwangsabgestiegen. Und das letzte Spiel, das letzte eigentliche Abstiegsspiel hat an Bedeutung verloren. Wenn es nicht junge Menschen betreffen würde, die ihre Hoffnung und ihre Liebe in ihren Sport stecken würden, in der zweiten Bar zu Bad Liga, dann wäre es schon wieder lustig, so ist es einfach nur traurig. Und damit der Blick auf die Rohstoffliste. Und wir sehen die Energiewerte heute am stärksten mit Airbob, Gasolin, Biscuit mit plus 2 bis 1,5%, Silberplus 0,8%, Goldplus 0,6%, auch Platinplus 0,5% und am schwächsten heute Natural Gas mit minus 1,3%. Wir haben gestern auf Gold geschaut, wir haben miteinander darüber gesprochen, dass der Markt aufgrund des steigenden K- und D-Linie aufgrund dieses steigenden Momentums eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, hier deutlich unter die 20-Tage-Linie zu laufen, dass wir Potenzial haben, eine Fortsetzung zu machen, aber dass wir hier in die psychologische 1200er Marke laufen und die ist nicht nur psychologisch, sondern auch technisch eine ehemalige Unterstützungszone hier per Tagesschlusskurs gehalten, gebrochen und dann abverkauft worden und deswegen auch eine technische Widerstandszone. Dazu haben wir, wenn wir uns das Ganze einmal im 4-Stunden-Stadt, kann ich Ihnen das zeigen, anschauen, dann haben wir hier eine aufsteigende Trendlinie. Unterstützung, 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 Unterstützung wird gekämpft. Schauen Sie uns jetzt mal aus edukativer Sicht an, der kommt an, macht einen Bounce, macht einen kleineren Bounce, macht einen noch kleineren Bounce, kommt nicht mehr weg, Gefahr des Bruchs größer und dann wird der Markt hier abverkauft und deswegen ist bei 12.05 bis 12.10 eine potenzielle Widerstandszone. Dazu müssen wir wissen, dass bei 12.15, meine ich, lassen Sie mich das mal ganz schnell nachgucken, ohne dass ich Ihnen das zeige, bei 12.11 haben wir die 20-Wochen-Linie und auch über den Stunden-Chart fangen wir an, hier eine bärische Keilformation zu bilden. Unterstützung, 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 da Widerstand, Sie wissen, wann immer in einem Aufwärtstrend zwei zusammenlaufende Linien sich bilden, die sich irgendwo da oben treffen, dann ist es eine potenzielle Trendumkehr. Wichtig ist aber, dass man immer auf die übergeordneten Zeiteinheiten schaut und da muss man sagen, in der übergeordneten Zeiteinheit wird diese Keilformation nicht auf der bullischen, verzeihen Sie bitte, auf der bärischen Seite bestätigt, sondern die übergeordneten Zeiteinheiten zeigen eher an, dass der Markt Potenzial hat, nach oben zu laufen. Was bedeutet das? Das bedeutet, sollte der Markt eine Fortsetzung machen, würde er in eine potenzielle Widerstandszone laufen, zumal wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerzenhöhe hoch gemacht haben und deswegen kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis und jetzt additiv bullisch hier in diesen Markt reinzugehen. Entweder der Markt konsolidiert unterhalb der 1200er Marke, also bildet eine sogenannte High-Base-Formation, dann haben wir Potenzial darüber hinaus in Richtung 12.20 zu laufen, auch eine horizontale Widerstandszone, dazu die 50-Tage-Linie und dann darüber hinaus in Richtung 12.45. Horizontale Marke, um die schon seit längerem immer wieder mal gekämpft wird. In dieser Zone auch die 200-Tage-Linie, das wäre dann das Ziel. Oder der Markt macht einen Pullback. Pullback 1.180, erste Unterstützung, zweite Unterstützung 1.167, also Bullen, bleiben Bullen, wenn man keine Position hat, dann sucht man sich ja auch keine Position, sondern setzt sich auf die Hände. Kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis, um additiv auf der bullischen Seite zu sein und ja, ein Widerstands-Cluster, was aber noch nicht bestätigt worden ist, um es zum Beispiel auch in einer kleineren Zeit an zu traden, würde mich persönlich auch weniger interessieren, sondern eher ein Pullback in Richtung 20-Tage-Linie, möglicherweise 1.170, dass man diese Unterstützungen handeln kann. Wenn man sich Platin anguckt, bei Platin, naja, manchmal gewinnst du und manchmal gewinnst du ein bisschen mehr, wenn es immer so im Leben wäre. Wir haben ja Platin geshautet gehabt, haben wir in dieser Low-Base, habe ich den Stop-Loss angepasst und dann sind wir tatsächlich um 50 Dollar Cent abgeholt worden und dann ist der Markt tatsächlich in unsere eigentliche Zielzone, nämlich 1.100, reingelaufen. Trotzdem war das ein schöner Trade auf der bärischen Seite. Hier die Zielzone 1.100, natürlich Rundemarket dazu, die 200-Monats-Linie hatten wir miteinander besprochen und jetzt macht der Markt eine ziemlich starke Gegenbewegung und macht auch eine Art High-Base-Formation im Bereich eines Widerstands-Clusters. Wir haben hier die 20-Tage-Linie, schauen Sie sich das an, Widerstand, 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 Widerstand. Heute ist der Tag noch nicht zu Ende, aber der Markt kämpft gerade mit der 20-Tage-Linie. Dazu hier horizontale Unterstützung bei 1.150 Bounds, abverkauft worden jetzt, potenzieller Widerstand und auch diese innere Linie, Unterstützung, 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 abverkauft worden, potenzieller Widerstand. Schafft es der Markt also hier sich festzubeißen, ein, zwei Tage und dann aus dieser Base auszubrechen. Dann wäre die nächste Zielzone im Bereich von 1.190, 50-Tage-Linie. Ich sage es Ihnen nicht, sondern sage es Ihnen. Bei 12.04 ist die 20-Wochen-Linie natürlich, diese psychologische 1200er-Marke ebenfalls eine Widerstandszone. Für den Fall eines Pullbacks sind die Zielzonen im Bereich von 1.120. Dann haben wir eine mögliche Unterstützung für Platin. Am stärksten präsentiert sich aktuell bei den Edelmetallen Silber, wo wir ja eine bullische Position über unsere Triggerliste getradet haben. Im Bereich der, lassen Sie mich nichts falsch sagen, ich glaube 15.90, nachdem diese Kaltformation bullisch aufgelöst worden war. Ich hatte Ihnen gesagt, ich sehe eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir hier an der 50-Tage-Linie hängen bleiben und ein bisschen das Spiel, was der Markt gerne spielt, 20.50. Immer wieder 20.50 und dann gibt es immer daraus eine dynamische Bewegung spielen würden. Macht der Markt aber nicht. Sondern der schafft es, nachdem er es einmal getestet hat, dann die 50-Tage-Linie bullisch zu kreuzen und da auch horizontal eine potenzielle Unterstützung liegt bei 16.80. Müssen wir sagen, Unterstützung 16.80. Widerstand im Bereich von 17.10. Schafft es der Markt hier zu bleiben, noch einen Tag und dann aus dieser Seitwärtskonsolidierung auszubrechen. Dann ist die Zielzone im Bereich von 17.30 bis 17.50. Maximal 17.80. 200-Tage-Linie. Das wäre dann noch die Zielzone unserer Formation, die wir auf der bullischen Seite getradet haben. Sie denken bitte daran, Formationen, wie zum Beispiel diese Keil-Formation, wenn sie aufgelöst werden, die haben das Potenzial 80 bis 100% dieser Formation zu bilden. Also maximal wieder an 18.50. 80% wäre dann schon hier im Bereich der 200-Tage-Linie und schauen sich das an, hier Widerstand deutlich abverkauft worden. Das wäre dann also eine logische Widerstandszone, wenn Silber es schafft, hier eine Fortsetzung zu machen. Fallen wir wieder unter die 50-Tage-Linie per Schlusskurs, dann ist wirklich wieder die Zone um die 20-Tage-Linie aktiviert worden. Aktuell ist es ja 15.40 Uhr. Deutlich früher, als ich normalerweise für Sie die Tagesausgabe zur Verfügung stelle. Allerdings, ich habe gleich ein Einzelcoaching, danach habe ich noch einen Termin, dann muss ich aus dem Haus und dann würde es wahrscheinlich 23 Uhr werden und dann würde ich das Video so ganz langsam sprechen. Fünfmal aufnehmen, mich widersprechen, nochmal aufnehmen, mich ärgern. Deswegen sehen Sie mir nach, dass dieses Video schon draußen ist, obwohl der Tag und der Handel noch längst nicht sich dem Ende neigt. Ich will es nicht versäumen, Ihnen zu sagen, Freunde, auch wenn unser Silber-Trade gerade in unsere Richtung läuft, wir sind immer noch im Risiko. Nicht die Tatsache, dass du einen Buchungsgewinn entscheidest darüber, ob du noch im Risiko bist oder nicht, sondern da, wo dein Stop-Loss liegt. Und unser Stop-Loss ist nach wie vor im Risiko. Und darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man handelt. Ein großer Fehler, den kleinen Anleger machen, ist, ich kaufe das, dann kaufe ich das, dann kaufe ich noch das, dann kaufe ich noch das. Und wenn alles läuft, ah, hey, super. Aber wenn alles schief geht, dann hast du extrem viel Verluste innerhalb kürzester Zeit angehäuft und das darf einem Trader nicht passieren. Du musst auf dein Kapital aufpassen. Das kannst du nur machen, wenn du bereit bist, das sinkende Schiff planmäßig, nicht Hals über Kopf, zu verlassen oder du gehst mit dem Schiff unter. Der langen Rede kurzer Sinn. Bitte traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss, wenn Sie mögen. Selbstverständlich haben wir heute Abend noch eine Forex-Ausgabe für Sie. Da ist Tom für Sie da. Morgen Vormittag gibt es die Einzelwerte-Ausgabe. Das ist dann eine Video-Ausgabe wieder mit mir. Hinterher ist Silvio für Sie da, Mr. S&P 500. Und selbstverständlich haben wir morgen Abend wieder für Sie eine Rohstoff-Tages-Ausgabe. Würden Sie mir eine große Freude machen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bleibt mir nur noch Ihnen zu sagen, mein Name ist Hamid Asnashari und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle, alle, alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formations-Tradern doch bitte gewogen.